Frühstück! Charmant, hilfsbereit, romantisch, witzig, feinfühlig, gut aussehend, ein absoluter Traummann. Also ja, ich mag das gerne, wenn es irgendwie noch eine Drehung hat und ein bisschen anders ist. Freuen Sie sich auf einen Sommerabend mit Steffen Groth. Einen ganz kleinen Augenblick, ich bin sofort bei dir, ja? Am 25. Juni ab 20.15 Uhr. Jetzt, wo wir keine Feinde mehr sind, können wir ja vielleicht Freunde werden. Ach, wissen Sie, ich habe so viele Freunde und ich glaube, vorhin nicht einer von denen gestorben ist, habe ich überhaupt keinen Bedarf für neue. Nur auf Romance TV. Auf die Liebe. Auf die Freundschaft. Zeit für Gefühle.